... ... ... ... ... ... ... ... falsch falsch Musik 1. 2. 2. 3. 5. 1. 5. 6. Vielen Dank. Ich habe zwei Jahre gesagt, dass wirream und aus der Wohnung ein Celebrity haben. Daher auch keine Abgeordneten in YouTube. Ich denke, dass ihr nur das Celebrity haben sein. Ich habe immer gesagt, dass in eurem Raum eine Celebrity selbst, dass wir eine Celebrity haben. Ich habe zwei Jahre mit der Wissenschaft und Arbeit gemacht. Ich habe sehr viel Arbeit mit der Wissenschaft und ich habe auch mit der Wissenschaft und Arbeit gemacht. Heute ist der Kalender-Kalender-Kanal. Sie haben auch den Rinkie-Kanal. Es ist eine Rinkie-Kanal. Es ist eine Rinkie-Kanal. Es war eine sehr schöne Show. Rinkie hat auch ein bisschen zu machen. Ich habe auch einen Kalender gesehen. Es ist eine sehr schöne Sache. Ich bin sehr froh, dass ich in Rinki-Sai-Entertainment und deinem Brand Ambassador bin. Ich bin sehr froh, dass Rinki-Sai-Entertainment in Rinki-Shirma-Sai-Entertainment wurde im Jahr 2019. Ich freue mich, dass ich meine Sais-Sai-Entertainment-Sai-Entertainment habe. Ich bin sehr froh, dass Rinki-Sai-Entertainment ein Freund von Rinki-Sai-Entertainment und der Rinki-Sai-Entertainment hat. Ich habe die Möglichkeit der Langem-Kulcher mit dem NCR von Dillem-NCR getauscht. Was hast du eine extra Dates für dich? Ich habe sehr auf einen schönen Tag gemacht, ich habe einen schönen Tag für mich für ihn zuerst gemacht. Ich habe meine eigensanguele anzimhafte ein paar Kulture-Kulture-Kulture-Kulture-Kulture-Kulture-Kulture gehabt. Das ist ja auch in der Kalender. Die in der Indien-Kulture-Kulture-Kulture-Kulture-Kulture-Kulture-Kulture-Kulture-Kulture-Kulture-Kulture-Kulture-Kulture. Wo hast du denn da? Und was du in der Zeit? Ich bin hier in Saaket. Der Scientistische Founder, Rinki Sharma, die für die Menschen und Models sind, die sich für die Menschen und die Menschen nicht wegzunehmen. Sie haben immer eine solche Modellung, die sich für die Fassel-Sylenten. Rinki ist ein sehr guter Person, die alle Mädchen und Mädchen eine Möglichkeit haben, damit sie ihre Talenten auszunehmen. Sie ist sehr gut und gut über uns. Es gab natürlich auch eine sehr schöne Einzelung. Es gab eine sehr schöne Einzelung mit Glitter und allen großen Fähigkeiten. Ich würde ihr all die wilden Leute wünschen. Also, ich möchte euch auch gerne sagen, dass Arimki Sharma ist meine Kucke und Sister. Und ich möchte ihnen sehr apprecieieren, dass sie so gut für alle, die neue Kinder zu schaffen. Es ist sehr gut, es hat sich geholfen, es hat sich geholfen und es hat sich geholfen. Gott bless her. Herr, ich habe hier gesehen, was die Models haben, was sie gemacht hat? Es ist sehr gut, es ist sehr gut. Wer will das, muss er sein, muss er sein. Und diese Plattformen sind sehr wichtig. Rinki Sharma ist sehr gut. Wenn die Mela nicht gekommen sind, Rinki Sharma hat mich geholfen. All the best, all the best. All of you are rocking. Lagerau. Thank you. Hello everyone, I am Usher Trigani. Your knees are for the most proud. Yes, yes, yes. Please, give me a round of applause for the rest. Come on. It is a promoting of you too. Yes, yes, yes. The entire character she is promoting. Wester with no waste of everything. I think she is promoting. Hi, this is Ujika Verma. Mrs. India Queen 2018 and Mrs. India International 2018. And now just see, I have just got a new title. Mrs. Genius by Sign Entertainment. Now today I am here for the calendar launch of Rinki Sharma of Sign Entertainment. And I am really very thankful to be part of it. I just got a very nice calendar, very nice fix. Thanks Rinki, may you touch ice. Thank you. My name is Vishita Sharma. And I am Rinki, participant in Sign Entertainment. And thank you so much Rinki. I am giving me so much good opportunity. I really thank her and start Sign Entertainment. Hi, I am Ujika Verma. I am here with Rinki Sharma for Sign Entertainment for the calendar shoot here. And I am one of the model who got shooted here. And I just want to say that this platform is a very good platform for women's. Housewives, working women. So that we can remove our time from our busy schedule. So that we can remove our time from our schedule. So that we can do something from our schedule. The calendar shoot here has been a lot of people to honor us. Even I am one of the first ones who ordered us. And my calendar shoot is launched. And I am really thankful to Sign Entertainment and Rinki Sharma. And I say all the best for the future. And I hope we all will be there together today. Thank you.